hallo leute und herzlich willkommen wieder bei borderland 2 wir spielen weiter wir haben wir suchen jetzt echo haben die letzte folge gelabert wie ist der nächste nächste folge von borderland da und das passiert ich glaube ich habe damals mit meinem vater den folge gespielt das dreht vor borderland 2 wieso vor borderland 2 wieso denkst du das wieso weil ich habe zwei sehr bekannteste zwei kamera welche kommen in borderlands 1 und 2 das ist roland und lilith die sind in dieser folge auch vor der samsung stream aber die habe ich gesagt aber ja sagen sie euch nicht viel ihr werdet erfahren die rollen lieb noch in diese borderlands also dass ich glaube das vor was habe ich gemacht scheiße konnte ich direkt ja geil ja und die finde ich ziemlich die spiel geil aber nervig ist mit diese mit dem luft ja mit dem luft ist extrem scheiße weil ich manchmal aufpassen auf den mussten aufpassen und wie hast du luft und die jungen ding es ist ein bisschen nerven aber ziemlich spiele geil diesem mehr hast du diese waffen aber was mein papa hat gemeint der ist nicht so große aus bei waffen bei borderland 2 hast du paar verschiedene waffen warte jetzt nimmst du hier so das war kein ernst du hast überlegt aber hier sind nicht mehr so das finde ich nicht so große auswahl wie bei borderlands 2 aber trotzdem sind mehr waffen das ist auch geil so mit laser und so weise pipapo muss ihr ja schauen ich habe so gefühl ist mehr ich könnte sein dass ich irre mich ich bin ein bisschen im stress weil ich einen einfraukrieg gegen die tundra banditen führe damit du aber wenn ihr nach gesellschaft ist lasse ich den firehawk kram sein und lasst die bloodshots centuary überrennen ok das war ein bisschen böse könnte sein enden aber ja mal sehen also wir haben schon drei waffen das ist schon gut bei borderlands diese nächsten drei waffen sind irgendwie spät wenn du bist du ungefähr 12 oder 13 level dann bekommst du dritte waffe erst die dritte waffe waffe und ich glaube seit neun oder sowas wenn ich mit sexuell gekommst hatte ich schon drei seit ganz am anfang hatte ich bekommen aber da bekommst du mir spät so so schau ich kurz so aufpasst ob das ist ach scheiße ja so erst mal wenn ich schlechte denke ich auch so ja so ich will zurückkaufen von dir mal kurz normalerweise der kill mich wenn ich was bei ihm also da ist so zurück wie habe ich noch zwei brauche ich mir noch theoretisch könnte ich schon machen aber da muss ich diese in diese automaten das machen hier finde ich eine das ist schon geil hier haben wir noch zwei aber hier werden wahrscheinlich hier habe ich gedacht der kann er später auch machen wenn der rolle ist es ist der urlaub machen wieso die geschichte die wir wahrscheinlich aussehen weil das übertrieben alle das spiel und fahrer der letzten jahre machen auch das so so wie verarschen wo steht die Nein, das hat er für mich nicht gesehen. Danke, je weniger Hyperion über mich weißt, desto besser. Du hast die Echo noch nicht abgehört, oder? Nein, überhaupt nicht. Nee, haupt die? Ich hab die Echo nicht gehörten. und jetzt haben wir noch die hauptmission hauptmission oder ja das roll spielen das will ich nicht das machen und ich bin perfekter level können wir schon weiter nur muss man ein paar mal spielen komm spring mal kurz ja das könnte geil sein dann können wir auch ein bisschen Geld verdienen uuuuuh besser der Besucheramission ja 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 haben wir schon ok Geld gut das wollte ich nur das machen haben wir Glück gehabt kurz alter wirklich sorry aber die Bilder nerven mich ich fühle mich so einsam klar dann bist du so verschlossen äh erstmal müssen verkaufen sonst geht das schief glaube ich vermute ich wenn du vorlebst sehe ich zu dass es so bleibt äh ich will verkaufen erstmal also das brauchen wir nicht das äh das das verkaufe ich das verkaufe ich also 21 haben wir drei Sachen schon mehr tragen das ist schon sehr positiv dann wird er nicht so schnell gemeckert äh ich hab keinen Dingspunks ok und jetzt wo sind wir jetzt genutzt die linzpunks ja ok das ist okay Ah, Y. Okay, danke. Okay, geht nicht. Feierfrei! Alalalalalalalala Sei vorsichtig, Amigo. Habe Angst. Okay, wir sind einfach wieder einfach. Halt. Ja, toll, ich will nicht aufsteigen. Ich will weiter gehen. So, reisen weiter. Und jetzt. Du warst stundenlang nicht am Echo. Hatte schon Angst, du wurdest gegrillt oder so. Aber, das wolltest du nicht. Also. Juhu. Und so. Was für Arschloch. So Leute, wir sagen das war's für diese Folge. Und wir sehen uns in dem nächsten Video. Tschüss. Scheiße, Feder wechseln.